Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Wenn man über die vielen Jahrhunderte schaut, in denen die Bibel ausgelegt wurde, kann man an vielen Beispielen erkennen, wie unterschiedlich ein und dieselbe Textstelle ausgelegt wurde. Immer ist sie von der jeweiligen Person und dem Zeitgeist abhängig. Schnell schleicht sich dann die Frage ein, wer denn nun Recht hat? Was ist die korrekte Auslegung? Unser heutiger Gast hat sich als Theolog und führender Neu-Testamentler während seines ganzen Professoren-Lebens dazu Gedanken gemacht. Wer, wenn nicht er, kann uns darauf eine Antwort geben? Herzlich willkommen bei uns im Studio, Professor Dr. Klaus Berger. Man muss dafür ja gar nicht über die Jahrhunderte gehen, es reicht ja eigentlich ein Besuch in verschiedenen Kirchen an einem und demselben Sonntag, wo über die gleiche, über dieselbe Textstelle gepredigt wird und man hört doch sehr unterschiedliche Varianten. Wie kommt das? Ist das Wort Gottes nicht immer dasselbe? Das Wort Gottes ist einigermaßen gesichert im Bestand, aber die wissenschaftliche Auslegung variiert sehr stark. Deshalb gibt es ja immer neue Kommentare, am meisten zum Beispiel zur Offenbarung des Johannes. Davon gibt es unzählbare eigentlich. Weil die mit ihren vielen Bildern am interpretierungswürdigsten ist. Ja, es gibt, wie ich gezählt habe, mindestens 800 Kommentare aus den verschiedenen Jahrhunderten. Und dann gibt es eine dritte Ebene, also der Text, die Kommentare. Die dritte Ebene sind die Sonntagspredigten. Die sind noch zahlreicher, je nach Pfarrer verschieden und je nach Publikum auch. Und dass es vielfältig ist, kann man nur begrüßen, weil das Christentum ja nicht monoton immer dasselbe nur wiederholt, sondern es gibt unzählige Wege zu Christus, so viele wie es Menschen gibt. Das würde aber doch bedeuten, dass jeder seine eigene Interpretation des göttlichen Wortes geben kann. Jeder muss auch seine eigene finden. Nur ist man ein lebender Mensch in einer Gemeinschaft, das ist die Definition des Christentums. Und meine Freiheit der Bibelauslegung kommt an ihre Grenzen, wenn sie sich mit der meines Nachbarn stößt oder mit der meines Bischofs. Die Bischöfe sind dabei auch ernst zu nehmen, weil sie ja nicht die kleine verfolgte Minderheit darstellen wollen. Das heißt aber, diese Bemerkung kommen wir vielleicht später nochmal gerade drauf, aber das heißt aber doch, was ist denn dann wirklich, das ist so die große Frage, die dahinter steckt, was ist denn dann wirklich wahr? Wo ist denn dann die Grenze? Ein schönes Kriterium von Martin Luther, der gesagt hat, wahr ist, was Christum treibet. Auf Deutsch, wenn eine lebendige Beziehung möglichst viele Menschen zu Jesus Christus das Resultat der Auslegung ist, dann war etwas gut daran, dann war es eine Verheißung. Meinen Studenten habe ich immer gesagt, wenn sich aufgrund ihrer Predigt die Leute gegenseitig umbringen, dann war etwas falsch an ihrer Auslegung. Wenn sie aber massenhaft, also wenn ihnen massenhaft Leute folgen, dann ist es die korrekte Auslegung? Nein, wenn massenhaft Menschen einen lebendigen Glauben dadurch bekommen und sagen, Christentum, das ist am Ende die Beziehung zum lebendigen Gott und am Ende auch die Beziehung zum lebendigen Jesus. Das, sagt Luther, ist das Entscheidende. Mein Herz fühlt sich angesprochen, mein Verstand kann dem nicht widersprechen, sondern steht staunend davor, wenn ich aufgrund der Bibelauslegung beten und singen und karitativ tätig werden kann. Gut, das heißt, das würden Sie als Maßstab anlegen. Das würden Sie auch heute noch sagen, 500 Jahre danach, das ist der Maßstab. Ja. Zumindest in der evangelischen Kirche. Das hat Luther natürlich nicht erfunden, sondern die Tradition zusammengefasst. Zumindest in der evangelischen Kirche und sprechen Sie nicht für die katholische Kirche nämlich an, aber da würde man das doch vermutlich anders sehen, oder? Nein, in der katholischen Kirche müsste man es genauso sehen. Denn das Endziel ist ja nicht die Bestätigung der Dogmatik, sondern das Endziel ist eine lebendige Kirche. Die lebendige Kirche hat die Bibel hervorgebracht. Das ist ein Aspekt, den die Protestanten häufig verkennen. Und jede Auslegung dient wiederum dieser lebendigen Kirche. Nun gut, also wir müssen jetzt nicht die Dogmatik der katholischen Kirche auseinandernehmen. Da gäbe es sicherlich welche, wo dieses Kriterium nicht gerade unbedingt eine Rolle spielt. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja, der Gläubige sucht nach Wahrheit und ist aber vielen Interpreten sozusagen ausgeliefert, wenn er sie selbst nicht findet. Und muss sich ja fragen, wem kann ich denn jetzt nun hinterherlaufen? Nun haben Sie ein Kriterium genannt. Was prägt denn überhaupt Theologen? Was prägt denn überhaupt Pfarrer, die dann predigen? Und was war es beim Paulus damals? Denn das ist ja die erste Prägung des Neuen Testamentes gewesen. Paulus ist geprägt durch seinen Hintergrund als pharisäischer Jude. Und das merkt man, wenn man ein bisschen über Pharisäismus weiß, an jedem seiner Sätze. Und die Theologen, die dann die Bibel auslegen, sind geformt durch ihre Familie immer häufiger. Er ersetzt die Pfarrei oder die Diözese, die Familie, das ist die Prägung, die man mitbringt. Und das war auch bei den Philosophen, die sich die Bibel unter die Hände gerissen haben, die Voraussetzung. Sie kamen von einem bestimmten etablierten Zeitgeist her und meinten nun, auf diese Wahrheit sei die Bibel zu beziehen. Das war im Großen und Ganzen ziemlich riskant, weil jeder dieser Vorschläge seine positiven Seiten hatte, aber große Schattenseiten, die im Laufe der Zeit immer größer wurden. So wie im Laufe des Jahres ja auch die Schatten bei sinkender Sonne stärker und länger werden. Vielleicht schauen wir dann nachher einige Beispiele von Philosophen an. Vielleicht können wir nochmal gerade an Paulus festmachen, welche damaligen philosophischen Prägungen denn seine Theologie beeinflusst haben. Bei Paulus gab es die kynisch-stoische Diatribé. Das werden Sie natürlich jetzt erklären. Es gibt eine Netzphilosophie, wie heute etwa der Positivismus oder eine bestimmte Evolutionstheorie, die überall im Hintergrund steht. Wenn ich den Fernseher anschalte, kriege ich Vorträge über Evolution, über die ich nur staunen kann, weil sie in der Regel 150 Jahre hinter der Entwicklung her sind. Aber es wird ein bestimmtes Muster von Zeitgeist genommen wie ein Baukasten und mit dem versuchen die Menschen dann die Bibel auszulegen oder abzuschaffen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr des Begriffes erinnern, den Sie eben, es waren vier Begriffe, die Sie eben bei Paulus genannt haben. Die kynisch-stoische Diatribé, die kyniker waren kynische gesellschaftskritische Philosophen. Der bekannteste ist der berühmte Diogenes in der Tonne und die Stoiker, der berühmteste ist Seneca, unrühmlich geendet durch Selbstmord in der Badewanne. Aber die kynischen und stoischen Philosophen hatten gemeinsam, dass sie doch für die Normalverbraucher verständlich waren. Was haben Sie denn gesagt? Sie haben zum Beispiel gesagt, dass der Mensch sich auf seine Vernunft stützen soll, das ist ganz wichtig, und nicht auf seine Wutanfälle. Der Wutbürger und der Wutkatholik, die hätten dort also keinen Rekord, sondern es geht darum, in vernünftigen Wahrheiten zu reden und zu bedenken, dass der Mensch in einem Gemeinwesen ist, wo es gut ist, die Obrigkeit zu fördern. Das übernimmt Paulus von den Stoikern. Und dagegen kann bei ihm die Tatsache, dass Jesus von dieser Obrigkeit gekreuzigt wurde, kaum an. Am Ende sagt er in Römer 13, folgt der Obrigkeit, denn sie ist Gottes Dienerin. Da fragt man sich nur, wie kann dieser Mensch auf die Idee kommen, so etwas zu behaupten angesichts der Kreuzigung Jesu. Und die Antwort ist, hier hat sein philosophischer Ansatz bei ihm durchgeschlagen. Und schon ist man natürlich wieder bei der Frage, dann hat aber Paulus gerade mal die griechische zeitgenössische Philosophie in die Bibel hineingebracht. Ist das dann noch Wort Gottes? Das hat er zweifellos die Philosophie hineingebracht. Und das Wort Gottes ist immer zu verstehen nach dem Muster der Menschwerdung Christi. So wie bei Jesus göttliche und menschliche Natur untrennbar eine Einheit eingegangen sind, so ist das bei der Bibel auch. Menschliche Sprache, menschliche Vorstellungen, menschliche Philosophie und das, was neue Offenbarung ist, nämlich die Person Jesu Christi, die gehen eine feste Symbiose ein. Und wir haben nicht das Recht nun zu sagen, das eine war zeitbedingt und das können wir daher ausscheiden, sondern wir müssen uns mit dem Ganzen auseinandersetzen. Und das ist eigentlich die Bibelauslegung im positiven Fall, wenn man weder der Bibel aufs Wort gehorcht, noch sie einfach für unmodern erklärt, sondern wenn man sagt, hier gibt es intensive Verbindungen, hier gibt es Dinge, die neu sind und anstößig sind, wo wir jeden Tag neue Einsichten gewinnen. So ist mir das persönlich ergangen. Ich habe also am liebsten der Bibel selber zugehört und den Reizhöhlen, die durch jeden Text entstehen, und mit meinen Doktoranden am besten zu zweit darüber nachgedacht, was das wohl bedeuten könnte, wo es Anschlussmöglichkeiten gibt. Nochmal zurück zu Paulus. Wenn es jetzt jemand anders gewesen wäre, wäre die Bibel dann anders geschrieben worden, vermute ich doch jetzt mal. Also sagen wir mal, vor allem Petrus wäre der Hauptschreiber geworden oder Lukas mit einem ganz anderen Hintergrund wieder. Bedeutet das, müsste man, wenn man das so fortsetzt, sagen, also Gott hat sich dann eben die Person ausgesucht, von der er meinte, dass sie nun gerade seinen Willen am besten formulieren würde? Man kann, wenn man die Geschichte der Theologie verfolgt, sehen, dass der neutestermittliche Kanon, also die Schriftensammlung, die wir haben, eine Auswahl darstellt, aus einem großen Büchertisch. Und in unsere Übersetzung haben meine Frau und ich versucht, diesen Büchertisch zu rekonstruieren und all die Schriften mit übersetzt, die auch in den Kanon hätten kommen können. Um das Jahr 200 gab es 72 Evangelien. Und die Kirche hat gesagt, nein, diese vier sind es. Und die Kriterien waren, die kann man rekonstruieren, die Öffentlichen müssen von Tod und der Verstehung Jesu berichten, von der Auswahl der Jünger, von der Auseinandersetzung mit dem Judentum und so weiter. Das heißt, in diesen Schriften hat die Kirche ihren Glauben erkannt. Das ist der Maßstab. Die Kirche hat ihren Glauben erkannt. Die Kirche hat ihren Glauben darin wiedergefunden, hat gesagt, genau das ist es, was wir im besten Falle des Wortes glauben können. Und es gibt im Neuen Testament ja immerhin 27 verschiedene Schriften. Wenn man will, kann man sagen, es sind 13 verschiedene Theologien. So weit ist die Bandbreite. So viel kann sich Christentum also im positiven Fall genehmigen, wenn der Rest vom Tisch gefallen ist. Das bedeutet, es ist so eine Art von Zusammenspiel aus dem, wenn Sie sagen, das, was die Kirche von ihrem Glauben in diesen Texten wiederfand. Ja. Also ist das ja doch ein Zusammenspiel, denn den Glauben fand sie ja auch in den Evangelien. Und dann aber eben auch in der Gemeinschaft, in der Auseinandersetzung, im Sprechen miteinander des Sonntags über das Leben Jesu. Genau. Es geht um diesen Dialog im Grunde genommen mit den Menschen, die noch keine Ahnung haben vom Christentum, mit den biblischen Texten und den mutmaßlichen Autoren, denen man ja gerecht werden muss. Das Wichtige ist, dass man keinen dabei übervorteilt und keinen dabei mundtot macht. Und das ist immer die Gefahr des Zeitgeistes, dass da eine Menge von Menschen vor der Türe steht. Weiter kommen sie in der Regel nicht, sie sind nicht im Haus drin, sondern irgendwas schreien, was man endlich beachten muss. Und dabei sind die Leidtragenden in der Regel die biblischen Autoren. Manches Schreien, sagen Sie jetzt gerade, also das hat es natürlich im Laufe der Kirchengeschichte immer gegeben. Und die Kirche oder die Kirchen haben versucht, dann die Wahrheit hochzuhalten. Bei einigen ist es bis ins Mark gegangen, dass die Veränderungen gekommen sind. Sagen wir, nehmen wir mal die Reformation. Die haben ja auch immer vor der Tür gestanden. Zum Teil sind sie natürlich von innen gekommen, ja. Bei denen hat es funktioniert sozusagen. Es hat einen großen Einfluss auf die Theologie genommen. Andere sind eben außen vor geblieben. Wo ist da jetzt wiederum der Maßstab? Also es hat sich dann im Laufe der ganzen Jahrhunderte ja immer wieder abgespielt. Philosophen oder wer auch immer gerade zeitdenkend war, hat versucht Einfluss zu nehmen. Wie ist es zur Wirkung gekommen? Man kann es daran sehen, welche Größen, welche Faktoren, welche Personen dann am ehesten verschwinden. In der Reformation des 16. Jahrhunderts verschwindet die Größe Kirche. In der Aufklärung, die nächst wichtige Phase, so um 1750 bis 1820, verschwindet die Dimension Jesus Christus, weil man ihn entmythologisiert. Und die Masse brüllt, also man sagt, es hat keine Wunder gegeben, es hat keine Visionen gegeben, es gab keine Jungfrauengeburt und keine Auferstehung und nichts besonders. Jesus war ein Orthonormalbürger von nebenan. Das ist das Produkt der Aufklärung. Und dann im 20. Jahrhundert durch Heidegger und den Einfluss der Psychologie die Beseitigung des Glaubens an Gott. Also man kann an dem, was jeweils abstirbt, was jeweils außen vor bleibt, an zentralen Personen oder Körperschaften, da kann man sagen, das war das Resultat davon, dass ihr euch mit dem Zeitgeist zu weit eingelassen habt. Was machen wir denn jetzt damit? Also nehmen wir doch mal, also in Ihrem Buch erwähnen Sie auch den Einfluss Martin Heideggers auf Bultmann. Das müsste man vielleicht noch, vielleicht darf ich Sie gleich bitten, das ein wenig darzustellen. Da geht es ja vermutlich darum, wie absolut der Einzelne überhaupt Gottes Wahrheit erkennen kann oder ob das nicht einfach immer der Einzelne sieht es eben so und dann ist das die Wahrheit Gottes und der andere sieht es so, dann ist das die Wahrheit Gottes. Aber das hat ja nun Einfluss gehabt. Die Bultmannsche Theologie ist ja nun ganz, ganz wertvoll für die evangelische Kirche geworden und nicht nur für diese. Heißt das, dass sie am Ende dann wieder nach draußen gedrängt wird, wenn das falsch ist? Oder ist da etwas von Gott wahr oder sichtbar geworden, was man vorher nicht erkannte? Also sowohl als auch, aber das Resultat, was mich betrübt hat dabei, ist, dass Bultmann eine Minderheit gewonnen hat, aber die Gemeinden gespalten hat. Die starke Spaltung innerhalb der evangelischen Christen in Deutschland zwischen progressiven und sogenannten Evangelikalen, diese starke Spaltung gibt es ja auch in Amerika, die ist Resultat dessen, dass man versucht hat, um jeden Preis zeitgemäß zu sein. Wie war das, wie war das Bultmann und auf der Strecke blieb dabei zunächst einmal die Einheit der Kirche. Was hieß das, können Sie da ein paar Beispiele bei Bultmann benennen? Ein Beispiel wäre, dass man, dass Bultmann die Wundererzählungen leugnet, wie seine philosophischen Vorgänger schon im 19. Jahrhundert, das war also gute Tradition. Auf welcher Grundlage denn? Wie konnte er das sagen? Weil man sagen kann, die Wundergeschichten sind abgeschrieben, entweder aus dem Alten Testament oder aus der hellenistischen Umwelt, oder sie sind reine Fantasieprodukte, oder sie sind psychologisch zu erklären. Das heißt, man versucht, nicht das Wunder stehen zu lassen und zu staunen, was Gott alles kann, sondern man versucht zu zeigen, wie es eigentlich war. Dann sagt man, eigentlich waren es nur Neurosen, die die Menschen hatten aufgrund der strengen jüdischen Lehre der Tora. Oder eigentlich waren es nur bestimmte überhitzte Wahnvorstellungen. Der Versuch der Exegeten, der Ausleger der Bibel, war immer wieder seit Beginn des 19. Jahrhunderts jedenfalls, die Bibel zu reduzieren, zu beschränken in ihrer Wahrheit, auf aller Welts Dinge, die jedermann einsehen kann und die Besonderheiten zu leugnen, die nur ein bisschen mehr Verständnis erfordert hätten. Also das werfen Sie Rudolf Bultmann vor? Das werfen Sie Rudolf Bultmann auch vor, im Gefolge der anderen, von denen David Friedrich Strauss im 19. Jahrhundert der wichtigste war. Aber nun sind ja viele seiner Ansichten, Zeit modern heute, soll heißen, sie sind allgemein gut geworden. Würden Sie denn dann sagen, das ist aber nicht die Wahrheit über Gott? Würden Sie so weit gehen? Und heißt das, das was eigentlich evangelikale Theologie ist, das ist das, was Gottes Wahrheit ist? Also es gibt bei den menschlichen Strömungen immer ein mehr oder weniger. Ich bin nicht der wild gewordene Professor, der sagt, das eine ist Lüge, das andere ist Wahrheit. Sondern ich kann nur sagen, abgesehen davon, dass die Bultmann-Exegese langsam in die Jahre gekommen ist, dass die Luft raus ist, dass man längst sich anders orientiert, und abgesehen davon ist, gibt es dort bestimmte positive Errungenschaften, nämlich die Ehrlichkeit im Umgang mit der Schrift, der Versuch vom Menschen auch zu reden und nicht nur in einer Sprache Kanaans die Bibel nachzupleppern. Das Evangelikale ist einfach naiv geblieben und deshalb keine Lösung, weil es den Menschen vor die Wahl stellt, entweder oder. Und man dort vermisst das redliche und anstrengende Bemühen, dem biblischen Wortlaut in der Tiefe nachzukommen, nachzugehen. Aber was ist es denn dann, wenn es Bultmann und alle, die ihm folgen oder folgt, nicht ist, und wenn es die Evangelikalen nicht sind, was ist denn dann der rechte Weg? Ich bewundere absichtlich das Wort. Es gibt keinen rechten Weg, sondern es gibt nur Bemühungen und die Bemühungen hat jeder Pfarrer jeden Sonntag. Ich kriege oft auch in Heidelberg noch Anrufe von Pfarrern am Samstagnachmittag. Die sagen, morgen ist der und der Predigtext dran, was soll ich denn predigen? Dann frage ich zunächst nach der Gemeinde, in der sie sind, was sind das für Menschen? Ist es eine Gemeinde am Alsterufer in Hamburg oder ist es auf der Schwäbischen Alb gelegen oder ist es in Österreich? Das ist ja doch ganz verschieden und entsprechend muss man auch finden, wo die Brücken sind zwischen dem Text und den Menschen. Die Menschen sind nicht zu Ende definierbar und analysierbar, aber sie haben bestimmte auffallende Eigenschaften, bestimmte Diagnosen sind fällig, was fehlt ihnen am meisten? Und auf welche dieser Diagnosen kann die Bibel am ehesten antworten? Und dieses Spiel von Diagnose und Antwort, das ist der Ort, an dem Wahrheit werden kann. Was sagen Sie denn dem einfachen Gläubigen, wenn es den denn gibt, der da in die Kirche geht und mal beim Evangelikalen ist, mal bei einem sogenannten Modernen, was kann er sich daran an Wahrheit über Gott denn herausziehen? Was ist für ihn der Maßstab? Der Maßstab ist auf jeden Fall zunächst die Einheit der Kirche. Dass einander verstehen und vergeben können unter Christen, auf jeden Fall gewahrt ist, ob Brückmann-Einhänger oder Evangelikal. Aber dann ist man, was die Einheit der Kirche, entschuldige, wenn ich Sie unterbreche, aber die Einheit der Kirche ist ja schon im 11. bzw. dann im 17. Jahrhundert, 18. 16. Jahrhundert auseinandergebrochen. Und wer ist denn dann falsch? Ich stelle es mir wieder die Frage. Die Einheit bricht immer wieder auseinander. Ich habe es selber erlebt in Heidelberg, dass eine ganze Biografie zerstört wurde, weil der Mann zu Evangelikal war und die Fakultät gesagt hat, den wollen wir nicht und diese Richtung in Deutschland überhaupt nicht. Und ich habe gesagt, liebe evangelische Christen, nehmt es doch ernst, dass die Einheit und die Toleranz, die dazu gehört, um Einheit zu bewahren, das wichtigste Gut überhaupt sind und nicht, dass zugunsten einer gemutmaßten Wahrheit Biografien auf der Strecke bleiben. Das war ein wichtiges Wort zum Schluss. Leider sind wir schon am Schluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzungen, für diesen Parcourslauf über die Vergangenheit und auch über die Gegenwart. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich noch viele weitere gute Erkenntnisse in Ihrem Theologenleben. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt, Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Bis bald, bis bald, bis bald, bis bald.